Die übersichtliche Einteilung der Kassette bringt Vertrauen und Zeitersparnis in der Anwendung. In der Standardbestückung ist die Kassette mit kurzen Bohrern, linke Seite im Tray, oder optional mit langen Bohrern, rechte Seite im Tray, bei der Firma Medentica erhältlich. Für die Implantatbettaufbereitung sind folgende Bohrer im Tray enthalten. 1. Der Rosenbohrer 1,8 mm für die Markierungsbohrung. 2. Der Pilotbohrer 2,0 mm weißer Farbring für die Startbohrung und Festlegung der sagittalen Implantatachse sowie der Bohrungstiefe. 3. Alle weiteren Standardbohrer sind mit der Farbmarkierung des entsprechenden Implantatdurchmessers gekennzeichnet, 3,5 bis 5,0 mm. 1. Einzusetzen bei einer Knochendichte, Knochenqualität, zwischen D3 und D4. Bei extrem kompakter Corticalis zwischen D1 und D2 verwenden Sie den Corticalisbohrer. Gekennzeichnet wie der Standardbohrer, aber zusätzlich jeweils noch mit einer roten Farbmarkierung. Für das konische Micro-Kern-Implantat empfehlen wir nach dem Einsatz des 3,0 mm Standardbohrers den Erweiterungsbohrer konisch zu verwenden. Die Implantatentnahme erfolgt entweder mit dem Eindrehinstrument Handschaft oder mit dem Eindrehinstrument mit Isoschaft. Beide Varianten sind in kurzer und in langer Ausführung verfügbar und für die Direktentnahme des Implantats zu verwenden. Alle Schrauben des Micro-Kern-Implantatsystems werden mit dem Eindrehwerkzeug HEX 1,26 mm montiert. Für sämtliche Isoschaftwerkzeuge, Bohrer und Eindrehinstrumente steht optional eine Verlängerungshilfe zur Verfügung. Bei der Implantation mehrerer Implantate stehen für die sagittale Ausrichtung der Implantatachse Parallelisierungshilfen zur Verfügung. Die Parallelisierungshilfen sind unterteilt, einmal für die Implantatbettaufbereitung und zum anderen zum Aufstecken auf bereits inserierte Implantate. In der unteren Ebene der Chirurgiekassette sind Tiefenmesslehre für die Bohrung sowie ein weiterer Steckplatz untergebracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017